hallo und herzlich willkommen zurück hier bei the beast inside wir wollen jetzt die anleitung auch gott wenn ich das schon sehe oh gott die anleitung lesen open the top cover by holding the handle on the right side next place it's cylinders marked with roman numerals in the right slots a position fj v position 2 v position 3 v v v v 4 close the cover okay wie machen wir jetzt ist das starters i need to open the top cover stuels aha i need to take the right cylinders from the table luckily they're numbered i need to remember that each cylinder goes into a specific position ja bist f woher weiß ich denn jetzt die du nicht ich mache das so v v v v habe ich schon doch das ist v habe ich jetzt rücken dann hatten wir v und dann vor ich meine ich also fünf und sieben ich hoffe weil das ist jetzt muss ja oder die werden ja größer das ist ja auch kann man mal so das kann ja keine lesen ja die v v v v v 8 18 ist 4 und nicht sieben da da musst du glaube ich wieder aus hallo Oh und wir brauchen den da Aha Set the numbers in the windows to the following positions from left to right 2, 13, 6, 7, 20 Done This is called the start puzzle 2, 14, 6, 22 2 14 Klick, 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 klick 6 22 Piece of cake Now for the last step, the wires at the bottom Plug the wires, open the bottom and lower for the reverse Plug the wires in the lower and the following configuration A, F, G, Z, R, T 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 A, F, A, F, G, Z, R, T A, F F, G, Z A, F, G, Z G, Z, T Try svay das at the E, T Easy Run a test using a test puzzle B, B, F, L, UP A, F, L, UP B, F, L, UP B, F, L, U, P okay gut das war jetzt noch kein krasses rätsel weil wir es ja schon vorgegeben bekommen haben dann crack mal los nein wir müssen das auch machen Rotate 5 3 st this must be a clue for the encrypted message what does it mean though how can I use it to set enigma up 3 st ich bin so lost v3 st wir müssen an den Rotoren doch rum öhmeln okay ich kann ja jetzt rein theoretisch was suchen wo ich ein v habe und eine 3 habe und ein st rein theoretisch das müsste doch irgendwie jetzt ausschlussverfahren ist du erst mal eine 3 b b b b b b b b b da ist eine 3 da ist ein v und da ist kein st b 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 d n 3 da ist ein st da ist eine v 17 es bringt mir jetzt also muss ich die rotoren auf v 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 k rotoren ein bisschen laut durch die v v das war richtig kannst du die klappe halten alter ich bin ja und er hält die klappe nicht soll sich denn da konzentrieren so da sind die zahlen vvvv ist 0 5 19 13 05 also 5 19 3 denn das war schon des 1 3 und 10 meine ich oh gott das richtig 75 19 13 19 13 ok und dann ach so das sind dann die unteren pass auf 17 st gz xo st gz xo st ist das erste machen wir alle aber alle ab st dann st st gz xo gewusst ich noch aber ich nicht mehr z war gez xo ist das cool du bist das ok ok jetzt jetzt ab aufgepasst xg ist das richtig was ich jetzt hier gemacht habe überhaupt v3 st ja das müsste doch alles richtig sein xg dtj xg dtj geil lassen wort rausgekommen ich bin schon mal ich bin schon begeistert trust xl xl es ist so klar cm h in abschne эw anderen stuff m 4z bf us вр h mv z mv z pf z mv z mv z dm vz mv z mv z mv Z, B, F, Y, auch vor allem, Y, D, N. Wusste ich's doch. Bis. Ich würde auch gerne den Brief da, aber ich darf nur das hier. Ernsthaft. Das würde ich jetzt auch sagen. Ihr habt ein Mörderhaus. Aber wieso hat unsere Oma dazu nie was gesagt? Ich kann das nicht, ich darf's nicht lesen. Okay, the terrible crime shock, the peace to the local community, the deputy sheriff called. Achso, das haben wir schon mal gelesen. Prolonged torture. Das haben wir, glaube ich, in diesem Rückblick schon mal gelesen. Okay, back. Ah. Gott, how long has this been here? Is this blood or just rust? Is this what I think it is? No notes from Nicholas. Ich hoffe, rust. Wuh, rasier besser. Wuh. It hurts, so I must be alive. Dammit, I almost... Nein, nicht die Notes von Nicholas. Die sollst du nicht lesen. Nein. Jetzt sind wir wieder in der Gruselgeschichte. Oh, jetzt wird's schlimm. Also, wir travel wieder back to the past. Wir sind jetzt wieder bei... ...Mördergeist. Oh, jetzt wird's. Ach, nö, wir sind wieder in Grusel-City. Grusel-Haus. Okay, fast bedroom, guys. Ich möchte nicht... ...das... Wieso ist das so laut? Wieso ist ein Streichholz so laut? Ich hab hier schon Schiss. Wir haben 40 Streichholz, aber ohne Witz heute wird geprasst. I don't give a shit. Ich brauche etwas Lampenöl, aber ich glaube, ich hab die hier schon alle aufgemacht, letztes Mal. Und da er ja auch die Streichholzer beibehalten hat, würde es mich wundern, wenn hier auf einmal neues Zeug ist, in den Schubladen ist. Würdest du das bitte da... Cool. Genau, das hatte ich vor. Es ist bestimmt nicht das Zimmer, wo... Ich dachte schon, was ist das für eine Kette, was ist... You are not irgendwas... Ähm, warum ist hier keine Kerze? Fucking... Kerzen... Ich werde schon wieder... Ich fluche schon wieder... Weil ich ganz... Oh Leute... You can't come in here! Hear me, you snot! You're not allowed here! Ah, ein Flashback... Ah! What's wrong with me? They said it wouldn't happen again! They promised dear... God! What happened? Looks like a hurricane went through here. They promised... Waren wir zehn Jahre in der Psychiatrie oder was? Und wieso sind wir hier gerade reingegangen und jetzt ist alles zugenagelt, wirst du mich halt... Was... What the... Wie... Wie hieß der? Daniel? Der ist... Der ist... Der ist durch im Kopf. Father's watch, I heard that I got it as a gift. My father was always obsessed with punctuality and order. I've often wondered why he bothered to start a family, when all it ever meant to him was maths and delays. Oh? I have no idea who ML is, but I clearly remember the day when I accidentally knocked the watch off the table. My father literally stopped dead in his tracks. I expected to get a hell of a beating, but he only gathered all the metal parts. Shaking hands and walked to the bedroom, where he then spent the rest of the day trying to fix it. Then what stopped working for good, but my father never to do it. I tried to fix it. I tried to fix it again. But another way. Okay. Wer ist ML? Wer ist ML? Wer ist ML? Mati in Luter. Das ist ganz klar. Für Jot H von LML. Stop experimenting. Jo, das Ding ist mal richtig weggefetzt. Ähm. Aha. Eine runde Lampenöl, die nehmen wir doch mit. Es wird so schlimm mit den Jumpscares. Es gibt so viele Jumpscares. Ja. Ich wollte eigentlich einen Schublad aufmachen. Das nehmen wir gleich. Ja. Ach, alone. Oh. Unser Verstand. Wir sind nämlich Schizo. So. Ich sag's euch, Leute. 90% aller Horrorgeschichten ist mein Schizo. Ich glaub, das stimmt zwar auch wieder überhaupt nicht diese These, aber wir sind bestimmt Schizo. Das ist nämlich alles so komisch. Geister gibt's ja gar nicht. Wer ist Maria? Was ist? A conversation for what? I ain't just ask her for no $500, or $1000. I trust one is a small sum, but I don't done wanna give me no dime. After what happened to my husband who gave his life for their sake. ich würde sagen das ist eine frau deren mann wahrscheinlich bei dem minenunglück drauf gegangen ist deswegen musste die video geschlossen werden aber wir haben ihr kein geld gegeben und also keine kein keine compensation also irgendwie kein schaden zu setzen was auch immer ich finde dass das findet das nicht so nett mensch das aber ein schöner teppich ja na gut ich fasse es an jumpscare was zum oder nein wenn ich das wir hier in ruhe geist ich hasse die sound kulisse das war auch so offensichtlich aber ich scheiße wie trotzdem ja wofür dieser gang jetzt warum es kommt eh wieder ein jumpscare das fand ich gar nicht gruselig nur ein bisschen könnt mich mal ich wird kriegst du auch in der decke rum bist du wahnsinnig wir machen es erst mal gemütlich hier also die fand ich nicht so gruselig gesehen hat er war nur ein bisschen eklig weil er komisch aussieht brennt schon kerzen das ist doch schön so mag ich das ich suche noch weiter nach über lampenmüll haben wir wirklich wirklich nicht so viel defakt wie sollen wir so wenig benutzt doch gar nicht obwohl das ist gar nicht schlecht denn können wir uns wehren die tage des spacken geistes gezählt denn wie jeder weiß sind geister besonders anfällig für knarre was ist das supposed to bring with one superstitious but when push can to shove he would clutch at straws okay gv george white hat maybe he gave it to her maybe i don't know okay das kate platten spieler hat geleuchtet so jetzt achte ich mal auf die anzeige wieso wird die nicht voller das kann ich nicht weil die lampe nicht oder es ist quasi ein behälter da unten und wir haben ganz viele müsste er uns das nicht hier irgendwie bei items 17 kerosin ja guck mal okay das ist ein so kerosin okay dann ordentlich lampe dann brauche ich ja nie so zu geizen ich muss mir trotzdem hell es ist schon geiles büro ja ich glaube ich lese erstmal bevor ich die knarre nehmen ja wir lesen erst da ist doch gerade was passiert woher ich mir ist eingebildet hat sich tatsächlich was okay mir reicht george drei arbeiter worden gekillt die bank could be heard inside homes even with the windows closed whether it could be avoided is yet to determine okay man weiß nicht was explodiert ist und ob es vermeidbar war water has not been able to contact either of the mine's co-owners george white hat was unavailable why jacob hight refused to comment on the accident okay george white hat war wohl nicht da provide our readers with further details as the story unfold okay sie ist explodiert wahrscheinlich weil er nicht ordentlich aufgepasst wurde und wir waren auch als minen chefs nicht am stiss wahrscheinlich sollte george white hat da sein aber george white hat war nicht da und das hat uns wütend gemacht wir finden so viel kerosin und wir stehen drauf wie heroin ich weiß nicht warum ich sowas singe ich kenne kein heroin was ist das eine kerze ich möchte das dahinter okay nehmen wir das hier kriege ich beides das ist korrekt ich will nicht ins basement ich will wirklich nicht ins basement können wir nicht irgendwie andere locks picken und einfach gehen nachdem wir davon im geist also erst wenn man von dem geist aus dem ersten stock runter gefetzt wird ja da bleibe ich doch nicht in der gleichen bude und fahre noch an rum zu suchen und in den keller zu gehen sondern die verzagen ja die faktist steht aber auch da hier ich hole hilfe oh gott using the mouse place the lock pick under one of the cylinders move up and down address the cylinder with the center cross outline block it quickly using the left mouse but the cup okay okay to pick a lock you need to block okay okay das kriegen wir ja wohl so ich muss jetzt was muss ich ihn machen gelockt nicht so schwer das weiß aber sehr einfach hallo ich habe eine lampe mit ganz viel kerosin manch einer sagt hei man baut it for me i can hardly remember that but this one is such a member will okay die mutter kann er sich nicht so gut dran erinnern was ist mit der passierte okay okay können wir nicht piano spielen ich würde gerne ein bisschen piano spielen er hat aber auch gemälde hier ich glaube die mine hat uns ziemlich gut schotter gebracht motto weil ich so viel anzünde ich brauche licht also ich habe gerade das so dass man wahrscheinlich gesehen den steam erfolg motto gekriegt ja okay 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 die 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 ein licht wir bringen nicht ins dunkel die 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 doing the guests talking to someone in the hallway at night sneaking into the mine and of that was true das heißt wir wurden dort schon von dem geist heim gesucht aber wieso also unser vater wort heim gesucht ich verstehe es nicht oder war der auch schon mit schocker crazy im kopf the better method of punishment he started locking me up in the darkness for hours sometimes even days nor tage in dunkelheit eingesperrt das ist ja nett ich nehme alle alles was ich gesagt habe über die strenge vom vater zurück dass ich meine ja so war das halt nee der war schon der war schon gut im kopf also crazy und crazy also ein kind tagelang im dunkeln einsperren hallo selbst für damalige herde ist es glaube ich ein bisschen krass es ist die frage warum war die krezi also der hatte ja so wie es hier aussieht ein recht erfolgreiches geschäft den ging es gut was heißt geschäft mine hatte halt eine erfolgreiche mine das pferd habe mir auch schon angeguckt verstehe ich nicht und ich so jetzt in space bin er wollte er in space mit kann es ja nicht lassen kann er die lampe noch lauter rausholen die lampe macht so lärm und was war das für die tür war dass diese tür hier ich möchte dich raus alter wir waren es wir waren in der klapse und er kriegt jetzt wieder irgendwelche waren vorstellung ich sag's euch weil er auch warum gehst du auch wenn du aus der klapse rauskommst an den ort der verantwortlich ist für deine wahren vorstellung zurück das ist doch und alleine find's dann der nacht super idee die bestimmt nicht dafür sorgt dass man wie jetzt wie man jetzt sieht wieder durchdreht und soll wieder komplett und wie fühle ich meine scheiß lampe nach weil das ist gleich aus das geht ich wette das geht aus wenn wir herum kriechen moment war gab es da hinten die tür ja aber die ist nicht für uns von belangen wir wollen also wir wollen kriechen ich will nicht kriechen wie jeder kommt er gleich wieder wie immer das ist jetzt so sein ding diesmal kam er nicht arschgesicht der kam ja auch schon auf der treppe ach so ich muss erst das war das war zu früh das war zu früh inventory 24 ah ok guck mal da ja die haben wir mal schön wieder aufgefüllt wir haben eine lampe und damit machen wir ich will die eigentlich nicht zu machen die tür ich will hier gar nicht sein abreißen hau ok doch keiner ruck denn das reicht scheinbar schon oh gott haben wir die lampe noch an nein die wird doch hier ist das safe jetzt gleich guckt uns da einer durch den spalt an oder rechts von uns ist was hier wird auf jeden fall in tramske kommen was zum ok mach jeden mann was zum enger passierte dir es gibt es gibt weirdo geist wieder was bin ich kann jetzt zurück ich kann ja nichts meine maus ist begrenzt es gibt weirdo geist es gibt diesen komischen anderen geist ja scheinbar mit der machete jemanden killt vielleicht ist auch kein geist und dann gibt es noch jemanden the fuck ist das der war die letzte person jetzt unser vater der weggelaufen ist nein da bin ich ein bisschen erschrocken der hätte hier stehen müssen jetzt jetzt hätte er dort genau hier stehen müssen oh gott get out of the room was ist das sieht doch ein rätsel aus nein puh aber wie wir das lösen und ob wir aus dem mörderkeller rauskommen und wer diese drei komischen was zum henker passiert hier in diesem haus drehen wir einfach nur durch oder gibt es auch noch andere das sieht man beim nächsten mal bis dahin hauen sie rein und ciao berühre im